Schlagerstar Nicole gehörte zu den Glücklichen, die bereits mit ihrer ersten Liebe das Große loszogen. Als Sängerin war sie erst 19 Jahre alt, als sie 1984 Winfried Seibert das Ja-Wort gab, ganz klassisch und normal in ihrem Heimatdorf. Doch sie wurde zuvor gewarnt. Der Erfolg war Nicole nie zu Kopf gestiegen, mit 16 landet Nicole mit Flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund einen Mega-Hit und gewann ein Jahr später mit ein bisschen Frieden den Eurovision Song Contest. Trotz ihres Ruhmes blieb das Mädchen aus dem Saarland immer Heimat verbunden. Bereits mit 14 hatte Nicole den Mann ihres Herzens gefunden, KFZ-Mechaniker Winfried Seibert. Es traf mich wie ein Blitz. Ich wusste sofort, mir ist ein Glück passiert, dass ich festhalten muss, beschrieb sie den Tag, an dem sie sich bei einem Feuerwehrfest in Winnie verliebt hatte. Ihm ging es nicht anders. Doch das Paar bekam Gegenwind. Vermeintliche Freunde warnten Nicole, ihre Karriere sei wichtiger und die Beziehung würde eh nicht halten. Tja, fünf Jahre nach ihrem Kennenlernen nahm Nicole seinen Heiratsantrag an. Die vermeintlichen Freunde gehörten zur Vergangenheit. Nicole, Traumhochzeit in der Heimat Nicole und ihr Winnie feierten ganz bodenständig, mit allen Traditionen, wie sie in ihrem Heimatdorf Nofelden üblich waren. Höhepunkt der drei Tage andauernden Festlichkeiten 1984 war dann die kirchliche Trauung. Ich hatte ein Gefühl, als hätte da oben jemand zu mir gesagt, ja, nimm ihn, schwärmt Nicole noch heute von diesem Tag. Als vor der Kirche eine weiße Kutsche auf die beiden wartete, konnte es für sie romantischer kaum noch werden. Heute können sie zurückblicken und sehen, dass sie alles richtig gemacht haben. Nicole und Winfried sind immer noch glücklich miteinander. Während ihrer Krebserkrankung war Winfried immer an ihrer Seite. In guten wie in schlechten Zeiten. Und ihre Liebe ist heute stärker denn je. In guten wie 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 in guten Untertitelung des ZDF, 2020